Aha, okay. Tree, wo sind wir? Okay. Können wir jetzt zu den Leuten... Ah, jetzt können wir mit denen handeln. Alles klar. Ich möchte aber... Der möchte ich... Oder, warte mal, wir reden mal mit dem... Typie. Wow. Gucken, was man hier so machen kann. Man schon das Inventar von dem sieht, oder? Okay, wir brauchen einen gewissen Status bei denen immer, damit wir die Sachen hier kaufen können. Dann kann man das hier nicht... Muss man was anderes im Gespräch aussehen? Oder, wo ist das? Ah. Mhm. Okay, so funktioniert das. Alles klar. Ja, ich gucke jetzt noch einmal, was die da haben. Also ist das nur für irgendwelche... Items. Bis jetzt. Bracers of... ...Defense... ...Defense... ...Cast... Ooh. Resistance... ...Can move along walls, cannot be restrained by webs. ...Alter. Der wäre geil für unseren... ...Schurken. Strength-Score ist 21. Wow. Was? Wie krass ist das? Cast levitate? Einfach... ... So, hier werden... ...wird stärker 25. Jetzt tuschen wir mit 19. Wow. Der... ...Ultra die krassen Sachen. Und... ...saddy increases. Kann man einfach... ...Ähm... ...Attribute erhöhen. Wenn man die kauft. What? Okay, was habt ihr? Was habt ihr? Hier... ...Hier ist einer. ...Wir sind denn die anderen? Ja, okay. Scavengers, ja. Hier. Hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sind das nicht sechs? Doch eigentlich sechs, oder? Ah. Wahrscheinlich ist das jetzt die Letzte. Was ist das? ...Akwadwörter. ...To teleport your party... ...To the city's Imperial Gate. Teleport? What? We can't do that, I'm pretty sure. Well, a word is that in the Badlands... ...You may come across functioning major gates. If you do, use this command word... ...and you'll be brought back here. Take note of any command word... ...on the gate you find... ...and you'll be able to return there... ...the same way. Oh, geil. Wir werden, wer hier findet. Okay. Teleporter gibt's sogar. Cool. Da müssen wir nicht immer reisen. Nicht wahr? So. Trotzdem. Mal. Äh, Factions. Jetzt gibt's sechs. Antiquarians. Da, äh, grün, lila. Gelb. Nochmal grün. Und rot. Blau. Fehlt. Hier sind wir schon Brotherhood. Ach du Scheiß. Okay. Ach, ich glaub das Blaue ist von dem Typen, der uns da alles erzählt hat am Anfang. Der Paladin. Der, oder was das so heißt. Also, erst mal. Was hast du denn für Waren? Madame. Hm? Okay. Waffen und Scrolls. Oh. Was? Oh. 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 Also die haben Ausrüstung, die anderen hatten so magische Sachen. Dann einmal zu der, zu der grünen da. Tower of Knowledge. Obwohl die blauen sind, keine Ahnung. New Empire Galevan? Ja? Can we see your wares? Kirsten Crafting. Ich bin jetzt eigentlich nicht so der Fan von Crafting, muss ich sagen. Nee. Euch mag ich nicht. Was habt ihr denn? Anni, hä? Clear skies, my friends. Do you know Arwin Merton, the so called first scavenger? Of course. That's it. Merton. It's a painful topic for me. I'd rather not talk about him. Fair enough. Okay. Irgendwann werden wir mit ihr reden wahrscheinlich. Darüber. Ähm. Do you guys. What help do you. Yeah. Okay. Ach, ihr habt... Keine... Ihr seid anders. Okay? Die sind nicht im Council wahrscheinlich. Was ist das eigentlich? Hä? Nichts passiert? Okay. Und was ist das? Pick-up-Quests. Option-Quests. Okay. 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 Commanded Level 4. Wow. Was machen wir? Search for the camp in the cave. Any piece of equipment. Okay. Immer wieder storm. Sog storm. Äh. What? Na. Stimmt. Es ist halt dumm gemacht irgendwie. Äh. Notes. Ja, ja. Ah. Okay. Äh. Boah. Nein. Ach scheiße. Das geht doch. Das ist halt dämlich gemacht. Äh. Bam. Bam. So. Silkscar. Können wir alles verkaufen. Du hast das. Find oil. So. Ist ja auch noch was. Arrow, ja. Okay. Jetzt können wir verkaufen. Diamond. Antitoxin. Shotball behalten wir mal drin. Hast du noch irgendwas? Ne. Das können wir verkaufen. Spellboot. Blablabla. Doomgame. Okay. Äh. Dann gucken wir nochmal, was der Typ hier hat. Ne. Wo ist er? Hier ist er. Von dem. Von dem neuen Imperium. Ach, wir müssen jetzt mit dem direkt sprechen. Mit dem Arwen Merton. Okay. Äh. Was habt ihr denn für uns? Alle Primed Stuff. Okay. So nice, muss ich sagen. Und Scrolls. Also bis. Am besten war, bis jetzt diese Antiquariat. Viecher. Typis. Muss ich sagen. Am Anfang. Wo man da unsere. Wo man die Intelligenz und so steigern kann. Stärke und was weiß ich. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Damn right. First scavenger. Where does that come from? Long story, kid. Short version. When we started crossing the marches to the badlands, I was one of the first. Now, I'm just the ugliest one left standing. What should we know about the badlands? Any advice? Bring a good cleric. With good healing spells. You'll need them. How does that happen, huh? Why do you seem so sour? Sour? It's this ale that's sour. That's all. The high and mighty council. Paying clueless kids like you to go and get killed in the badlands. But they're not asking good old Arwen. No. Go figure. It's because I got them figured out. Figured out? Spice over the council. The legacy council is full of it. acting all united and lovey-dovey while they plot to rob each other. Yeah, of course. It wouldn't surprise me if some of them were even Souraks in disguise. You know they can shape-shift. What? Okay. Hey, I was right about them hiding in the badlands, wasn't I? Oh. Dann weiß ich auf jeden Fall, wer ein Sourak ist. Dieser eine kleine Typ, der immer gezweifelt hat. Ich weiß grad nicht mehr, wie der heißt. Der ist dann bestimmt ein Sourak. Die hatten halt den besten Stuff. Aber ich will jetzt irgendwie nochmal... Äh... Mit dem blauen reden. Können wir hier rein? Äh... Geht's hier rein? Oder sind die vielleicht... ...auch anders, so wie die Scavengers, das war... ...bei denen nichts eintauschen können. Aber nur bei denen... ...bei den vier hier. Äh, bei... Antiquarian, Akadneum, Circle of Denatar, Tower of Knowledge. Wahrscheinlich nur bei denen. Na gut. Immer noch kurz hier hingucken. Irgendwas geht. Nein. Okay. Dann... ...tauschen wir den ganzen Shit hier ein. Gucken, ob wir uns dann schon irgendwas kaufen können. Clear Sky, you have some. Äh, äh, äh. See? Wir sind jetzt sympathisch mit denen. Ne, wir sind, äh... Wir haben eine Allianz mit denen, okay. Können wir was kaufen? Ja. Uh. Das ist gut für unseren Schurken. Stealth Ability Check. Generate 20 Arrows. Endless Quiver. The fuck? Wand of Magic Detection. Äh. Ach, hier ist auch noch was. Cast Sparkle. Ich weiß nicht, was das ist. Wir holen uns auf jeden Fall die Schuhe. Was war mit dir? Bäm. Geil. Wo sieht man die? Nee. Oder? Nee, leider nicht. Vielleicht, wenn die attuned sind. Okay, was haben wir jetzt für eine Quest? Bestie halt. Sehr geil. Owen Merton. Maybe something will come up, if you read. Okay. Souric Relic. Ach, genau. Okay, hier sollen wir halt noch mal nach KLM. Okay. Okay. Einmal, äh, nochmal shoppen. Dann geht's weiter. Nächste Hauptmission. Okay. Kann ich auch verkaufen. Auch verkaufen. Weg, weg. Weg. Mal, das. Warum trägst du das? Ähm. Was kau... Ach nee, warte, wir gucken jetzt nochmal, ob wir gleich irgendwas craften können. Genau. Wo... Wie ging das craften nochmal? Crafting. Oil of Acuteness. Battle Aids of Acuteness. Okay. Wir können irgendwie gar nichts craften. Okay, wir müssen die Sachen dabei haben. Es geht nicht awesome. Dings. Na toll. Whiteburn. We can whiteburn. Craften. Oh, oh ja. Martial Weapon Rare. Das. Tag Bonus und Damage. Blood of the Luster. Du hast doch ein... Anime... Wir hatten doch ein Primed Shotshot, oder? Habt ihr hier Blood of the Luster? Nicht so aus. Die anderen vielleicht? Ja, das sieht doch nicht so aus. Nee. Javelin. Javelin. Kaufen mal zwei Heldtränke. Ach, die kann man auch stacken. Und dann nochmal. Nochmal. Haben wir ein Primed Shotshot? Ich glaube nicht. Warum macht man das so scheiße, bitte? Ist das ein Primed? Nee. Primed Chain Mail hätten wir. Und nix. Okay. Okay, dann behalten wir mal alles, was Primed ist, würde ich sagen. Was ist das eigentlich mit ihr? Attack Bonus, Damage Bonus. Okay. File, Crossbow, Bolt. Cure... Warte mal. Scroll auf Cure Wounds. Könnte eigentlich... Magnesium und Blood of Daphrodil. und Magnesium ha nice so 8 Stunden braucht man dafür oh ne dann sind die Ingredients weg und jetzt kann man einfach so weitermachen und die macht das nebenbei oder was anscheinend ja the fuck okay von mir aus aber einmal das Dings wieder zurücklegen hey so okay dann geht's jetzt weiter auf auf die Fraktion die diese ganzen Primed Sachen haben ist natürlich auch ganz geil da hinten wow sind warte mal welches Level sind wir eigentlich hallo Level 4 ach dann können wir sogar die Nebenquests hier im KLM Outpost noch machen dann machen wir doch dann direkt travel bitte pens of style zwei Tage drei Tage komm wir machen's mal schnell mal gucken ein ein rest natürlich necromancer aber jetzt müssen wir auch oder jetzt nach dem rest müssten wir zu tun sein die Schuhe wow warum rollen wir immer so scheiß initiative mit unserem Schurken nein aua Gott sei'n sind nur die sind zu zweit wollt ihr uns verarschen das ist ja beleidigend was der hell mein Jung warum können wir das jetzt einfach casten ich ralle es nicht und manches nicht keine Ahnung das ist so komisch der ist was so weit weg weiß es nicht äh sacred flame auf den ghoul geil spiritual weapon ja wir haben ja äh äh ein rest ne also long rest machen wir ja gleich boah Freunde niemand trifft so weißt du was bin Jung ne das macht keinen Sinn use item oh mit der Krone können wir Leute wiederbeleben okay tschüss tschüss so du aber lass ihn mal weg bitte äh ey wow kann man denn so scheiße rollen na klar trifft er die Waffe jetzt die Waffe natürlich auch überflüssig hau ihn weg bitte boah ah ne äh shocking touch nice nice jetzt bitte danke mein Gott haa 162 XP nice nice so den Dagger brauchen wir jetzt nicht unbedingt so komm bitte nicht nochmal bitte nicht nochmal bitte nicht nochmal danke uh ciao 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 ciao